herzlich willkommen zum neuen video heute geht es um siebten spieltag um serie a und ja ich könnte schon ein like geben und ein abo da seite youtube video ist eigentlich wieder dabei ihr könnt ihr das letzte video einen like da geben also bitte schaut ihr das letzte video bei mir an heute und gibt den daumen nach oben und schreibt man in die kommentare was ich noch mehr wie das soll ich machen und schreibt man und abonni abonniere mich jetzt auf youtube heute geht es um serie um siebten spieltag sassiolo gegen udinese zwei minuten spielzeit sind schon und dem ersten halbzeit 0 zu 0 und jetzt hat er hat es auch 0 zu 0 und ja hier ja und ja ich finde die beiden mannschaft haben heute nicht so reingebracht außer sassiolo sassiolo hat in der ersten halbzeit ein bisschen schwierigkeiten gehabt natürlich sassiolo kennt man sassiolo ist gut gestartet also sassiolo sassiolo ist gut gestartet in die meisterschaft und der 1 1 2 3 4 5 6 6 wieder nachspielzeit gibt es obendrauf das heißt 3 4 das heißt noch fünf minuten fünf minuten nachspielzeit gibt es noch und ja sassiolo ja wie gehen wir jetzt wieder zurück nach sassiolo und sassiolo hat in der ersten halbzeit richtig gut gespielt also sassiolo hat so ein bisschen komisches front gehabt und ja udinese ja wie soll ich sagen sassiolo hat wirklich eine starke beinrohr gehabt also sassiolo hat könnte in der ersten halbzeit die tore machen also sassiolo hat könnte die drei punkte mitholen aber es ist nach spielzeit immer noch drei minuten es ist also es ist halt so drei minuten das spielzeit immer noch und ja es ist halt so es ist halt so und ja bei sassiolo es gibt natürlich vier minuten und bei udinese hat er nicht so viel also udinese hat könnte auch das gleiche so wie sassiolo die tore zu machen in der ersten halbzeit aber nein sassiolo hat zwei schüsse und ja ich sag mal dass euch das statistik sassiolo vier schüsse und udinese zwei schüsse torschutz hat das allein und udinese 0 ballbesitz 62 sassiolo 38 38 und die nese und pesse 576 pesse 333 passgenauigkeit an 89 und 81 faulsatz 16 fauls von sassiolo und 13 fauls von udinese und zwei gelbe karte sassiolo und udinese zwei und zwei eine abseits und 5 5 abseits und 3 eckball sassiolo und 6 eckball 6 eckball von udinese ich denke das war's mit diesem video hoffentlich hat es euch gefallen diesen heutigen freitag freitagsspiel und wo ich jetzt diesen video jetzt filme kommt das video morgen also das heißt noch es kommt dieses video kommt erst in zwei stunden also in 00 uhr das heißt um 7 november das heißt noch zwei stunden noch zwei stunden kommt das video online und dann könnt ihr bitte ein abo da lassen und ein damme nach oben die gilt ein damme nach oben zu geben und die können dann weitere direkt schicken auf instagram oder auf youtube und auf whatsapp weiss auch immer das war's bis